Und jetzt Ned Williams' talk zum Thema Chrome in der Prozesskommunikation wie man die angreifen kann, wie man aus der Sandbox ausbrechen kann Es geht eben genau um Sandbox-Ausbrüche mittels einer Fuzzing-Methode um sich mal die Angriffsoberfläche von Chrome in der Prozesskommunikation genauer anzuschauen Wie gesagt, wir werden Interprozesskommunikation mit IPC abkürzen Ned hat sich mit Konsolen und Browsern beschäftigt und zuletzt auch mit mobilen Geräten Hallo zusammen Mein Name ist Ned und heute rede ich über Chrome in der Prozesskommunikation kurz IPC Und ja, als ich diesen Talk geschrieben habe hatte ich die Idee, dass man den etwas benutzbarer für alle macht und die Idee war, dass ich erstmal sehr breit allgemein anfange und dann immer spezieller werde Ja, also am Ende wird es alles etwas technisch und für die, die das interessiert dann wird es bestimmt alles noch sehr interessant sein und am Anfang machen wir das aber auch erstmal einfach für Neulinge Kurzer Überblick zu mir Was mache ich so Ich habe mich in den letzten Jahren hauptsächlich mit Sicherheitsforschung beschäftigt in Software und da vor allem ja irgendwelche kritischen Bugs in Software grundsätzlich gilt je kritischer die Software oder je weitverbreiteter ist, desto interessanter für mich wie dann noch ein bisschen Methodik also wie macht man den den Prozess zur Suche nach Fehlern effizienter sodass man diese besonders exklusiven Fehler findet und ja an was ich bisher so gearbeitet habe sind CTF also Capture the Flag Wettbewerbe dann 3DS Chrome und jetzt habe ich auch gerade mit XNU angefangen also dem OSX-Könnel aber noch nicht so viel und ja bevor wir jetzt anfangen würde ich vielleicht nochmal gerade zusammenfassen was ich seit dem 33 C3 gemacht habe vor zwei Jahren habe ich den Nintendo Hacking Talk auf diesem Kongress vorgestellt und da ging es um die 3DS und ja da gab es dann zwei Exploits einer hieß Soundhacks einer hieß Fasthacks und ja was ich da vielleicht noch zu sagen will ist ja ich war selber ein bisschen überrascht denn ich habe Google Analytics auf die Soundhacks Webseite getan weil naja ich habe gedacht vielleicht nutzen das so 1000 Leute oder so ich habe auf die Seite geguckt und es haben tatsächlich 848.000 Leute drauf geguckt und als ich dann nochmal YouTube angeschaut habe wo Kopien da waren und ja was weiß ich irgendwas mit Copyright ist mir egal ja ebenfalls gab es ungefähr 1000 Leute oder User die das angeschaut haben und das war tatsächlich mal ein Intro Projekt und was ich euch damit sagen will ist ihr müsst jetzt nicht unbedingt irgendwelche Lücken in Chrome finden um durchaus Aufmerksamkeit zu bekommen ich möchte auch noch kurz über die Spenden reden ich hatte einen Spendenlink auf der Soundhacks Webseite und wir haben glücklicherweise 1000 Dollar in Spenden empfangen davon ging 500 an die Leute die den Emulator geschrieben haben denn das war das Werkzeug mit dem ich den Exploit Soundhacks geschrieben habe das zentrale Werkzeug dafür und dann die anderen 500 Dollar sind an die Toolchain Entwickler gegangen ja danke an alle die da gespendet haben also gehen wir jetzt ans Eingemachte im Talk ja ich möchte jetzt vor allem auf den Bugsuche Prozess schauen nicht auf die tatsächliche Ausbeutung also Exploitation von einem Bug denn ich denke das Thema Exploitation ist eigentlich relativ gut schon durchgespielt aber ja das ist auch ganz typisch also die Leute mit die ZDF spiele machen ja sind sehr gut im Exploiten aber ja die Idee ist quasi dass mehr Leute sich mit der eigentlichen Bugsuche beschäftigen also die Agenda ist dass man sich ja erstmal damit beschäftigt wie man überhaupt irgendein Ziel erreichen kann dann Strategien zur Fehlersuche also zur Bugsuche dann Fuzzing und zwar den spezifischen Stil den ich mir so ausgedacht habe und dann zuletzt wie man das alles dann mit Chrome IPC verbindet um es auch nochmal zu erwähnen ja also den Bug den ich hier zeige der Bug wurde in einem Fullchain Exploit verwendet also ein ja eine Kette von mehreren Bugs die dann einen Ausbruch ermöglicht und ja die ganze Kette wird an Offensive Con besprochen das ist auch eine Konferenz in Deutschland also wie ja wie wird man zum Experten in irgendwas eigentlich und da habe ich mir eigentlich während der ZDF Phase als ich angefangen habe habe ich mich damit beschäftigt das ist im Prinzip ist einfach nur irgendeine Fähigkeit die ich lernen möchte und ja ich möchte das jetzt systematisch angehen schauen wie kann ich mir das beibringen und da gibt es eben die Idee in der ja also populären populärpsychologie dass man irgendwas etwas 10.000 Stunden lang wirklich ja eigenständig bearbeiten muss praktisch bearbeiten muss und was was bedeutet eigenständig oder deliberate in diesem Fall ja die Idee ist dass man dass man tatsächlich irgendeinen Sinn hinter dem Projekt hat das man gerade macht und dass es mich besser macht und dass das Projekt besser wird dann und dann möchte man dass man immer ja dass man sich quasi immer an der Kante zum zu dem bringt was man noch nicht wirklich kann damit man auch die ganze Zeit was Neues lernen kann und um sowas zu machen dann braucht man eben irgendeine Möglichkeit Erfolg oder Misserfolg Feedback zu bekommen und die Problemstellungen die man sich so stellt sollten halt schwierig sein aber immer noch möglich und da haben die Projekte die ich mir am Anfang rausgesucht habe immer ganz gut gepasst sodass ja sie zwar noch möglich waren aber doch schon ziemlich nah an der Grenze es gibt diese diesen Typen Ben Franklin ihr kennt vielleicht aus der amerikanischen Geschichte und er wollte besser lesen lernen und deswegen hat er einen Aufsatz genommen der für ihn perfekt aussah deswegen hat er den Aufsatz gelesen Notizen genommen Notizen geschrieben und nach einer Woche den Aufsatz nochmal aufgeschrieben basierend auf seinen Notizen und ja dabei sind ihm dann die ganzen Probleme in seinem Leseprozess aufgefallen und ja man kann das eigentlich auch auf Bugsuche anwenden ein anderes Ding war dass man sich Ziele setzt zur Bugsuche also viel davon ist psychologisch als also ich glaube tatsächlich dass das meiste mehr psychologisch ist als dass es irgendwas mit konkreter Intelligenz oder so zu tun hat und es geht im Prinzip einfach darum die Toleranzgrenze für Fehler immer weiter nach oben zu schieben und ja als ich mich mit Chrome beschäftigt habe habe ich da tatsächlich immer sechs Monate lang mit beschäftigt also immer von der Arbeit nach Hause gekommen dann bis als ich dann eben diesen Bug gefunden habe dann war mir auf einmal klar dass die notwendigen Fähigkeiten zur Bugsuche langsam da sind und ich das jetzt wieder anwenden kann so wie wird man dann jetzt ein Experte konkret bei der Bugsuche wenn man sich die Fähigkeiten anschaut die man so braucht dann glaube ich da sind zwei Stück einmal dass man weiß wo man suchen muss und dann dass man den Bug erkennt wenn er vor einem ist das erste von meiner Erfahrung her ist relativ einfach gerade wenn man Entwickler ist dann kann man zum Beispiel an die Gitlogs also an die Versionshistorie schauen um rauszufinden wo Fehler sein könnten man kann man kann vorherige Bug Reports anschauen und einfach nach generell der Code Qualität schauen aber was deutlich schwieriger ist dann den konkreten Fehler zu finden ich habe das ich habe diese Idee vom Training wo man wenn man ein Ziel im Kopf hat was man denkt dass es machbar ist und man durch alle Bug Reports durchschaut und dann schaut man sich an kann man damit was machen da wird es viele da wird ein langer Text sein und sagen was passiert man kann darüber fliegen und schauen wo der Bug eigentlich ist und dann schaut man sich den Code an und versucht sich den Bug selber zu finden es ist wichtig dass man den Bug selber findet und wirklich damit kämpft bis man ihn tatsächlich findet durch diesen Kampf kriegt man dann mit was war das Ding was mir gefehlt hat um diesen Bug zu finden wenn man das immer wieder macht dann ist das wie man sich darauf trainiert so habe ich angefangen Bugs zu suchen ich erinnere mich an diesen Blogpost von Joel ich habe mir gedacht wow wie hat das jemand gemacht es hat jemand Eider geöffnet und geschaut was für Sicherheitslücken da drin sind und da habe ich mir gefragt wie könnte ich das getan haben wie kann ich das üben das waren alles Integer Overflow Bugs ich wusste was Integer Overflow war aber ich habe nie danach gesucht und ich habe in die Funktion geschaut und habe es nicht gesehen ich bin schlafen gegangen und habe gedacht ich werde es nie schaffen und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe es gesehen das war eigentlich relativ einfach und dann habe ich beim zweiten Tag noch mehr gesehen und am dritten Tag wusste ich immer wo ich hinschauen musste und da habe ich gedacht das mache ich einfach weiter und immer schwerere Sachen das ist quasi die Strategie diesbezüglich ich denke ich bin der das perfekte Beispiel dafür dass jemand so ein fortgeschrittener cdf spieler war aber ich nicht wirklich eine Idee hatte was ich tun soll und ich habe gedacht wenn ich immer an diesen Prozess glaube dann klappt der hoffentlich und das ist so eine kleine Anleitung wie man das vielleicht tun könnte falls ihr das machen möchtet also am Anfang schaut ihr euch cdf binaries an das ist perfektes training es gibt meistens ein write-up also etwas was beschreibt wie man es dann tatsächlich gelöst da kriegt man ganz viel low level details raus man weiß was ein bug ist und von dort aus geht man dann immer zu schwereren targets zu schwereren zielen das problem ist man kriegt nicht so selber einschätzen wie gut man daran ist es sieht bloß so aus für mich wo man es ist hier nicht so wie in Schach wo man Leute hat die schon seit Jahrzehnten daran arbeiten seit ihrer Geburt es gibt hier definitiv Platz für neue Leute die auch teilnehmen können es gibt immer mal wieder Geschichten über Leute die unglaublich talentiert sind oder so und ich schaue mir häufig an wo was in diesen Geschichten drin war und ich habe immer gesehen diese Leute haben immer sehr hart gearbeitet ich überspringe jetzt mal ein paar Slides mal gucken vielleicht schauen wir uns das später nochmal an lasst uns jetzt über Fuzzing reden ich denke ihr solltet wirklich wissen wie man sich Code anschaut und ich denke am Anfang habe ich eigentlich mir nur die ganze Zeit Code angeschaut Fuzzing gibt es eine für Fuzzing gibt es einen schlechten Ruf weil Leute machen das einfach und kriegen Dinge raus sie funktionieren relativ gut zusammen mit wie Fuzzing abschneidet Fuzzing ist es kann fehlschlagen aber dann weiß man nicht unbedingt warum bei Auditing kann man Dinge besser herausfinden in der Chrome gibt es so viele verschiedene Dinge da kriegt man beim Auditing gar nicht durch alles durch es ist so es gibt so viele Dinge da drin da ist es vielleicht einfach schneller zu fuzzeln als sich den Code anzuschauen ich habe einfach zufällige Code mir angeschaut und es hat tatsächlich funktioniert also wie macht man Fuzzing denn es ist im Prinzip dasselbe wie beim Auditing man muss sich halt irgendwie fragen wie hätte ich denn einen Fuzzer geschrieben um den Fehler zu finden den schon mal jemand anders gefunden hat wie ja wie wie hätte ich mir das beibringen können habe ich also fehlt mir vielleicht noch irgendwelches Wissen über Auditing dass ich einfach den Fuzzer noch nicht hätte schreiben können fehlt mir spezifische Fähigkeiten um den Fuzzer Code zu schreiben und ja also das ist nicht so ganz einfach aber man sollte durchaus reflektieren und ja wir schauen es später nochmal an aber ja dieses spezifische ja also Fuzzing war sehr wichtig um den spezifischen Sandbox Ausbruch zu finden den ich gleich vorstelle und ja diejenigen von euch die das jetzt gar nicht kennen es gibt so ein Programm das AFL heißt das ist 2014 rausgekommen und das hat glaube ich war tatsächlich ein Meilenstein für Fuzzing die Idee ist dass man ein AFL einen Korpus von Eingaben gibt den man und das das sind die gleichen Leute die Address Sanitizer geschrieben haben also es ist ein Feature von LVM und ja die Art und Weise wie Lip Fuzzer geschrieben wurde ist so ein bisschen einfacher zu verstehen zumindest meine Meinung und wenn man sich das nochmal klar machen möchte was Fuzzing ist dann repliziert man im Prinzip den normalen Testprozess aber parametriert was ein normaler Unit Test machen würde also in einem Unit Test in einem Unit Test hat man einen ganz spezifischen Testcase und beim Fuzzing schaut man einfach ob wenn man ein bisschen an der Eingabe wackelt das Programm crasht und ja der Fuzzer generiert im Prinzip dann automatisch Unit Tests kann man sich so vorstellen und ja viele die Sache ist halt dass viele Leute denken dass Attacken irgendwie sehr systematisch passieren müssen aber in Wirklichkeit ist es so dass wenn man einige Komponenten oder wenn einige Komponenten findet die komisch aussehen wo man denkt da könnte eine Lücke sein dann ja kann man die tatsächlich mal irgendwie ein bisschen in Kombination betrachten wie die zusammengesteckt wurden und dann findet man raus ob da ein Bug ist oder nicht so die Idee ist dann dass man generiertes Fuzzing mit mit automatischem Fuzzing kombiniert kommen wir gleich nochmal drauf ich bin natürlich nicht die einzige Person die sowohl also ich bin natürlich nicht die einzige Person die Fuzzing macht sondern ich und noch zwei andere Personen sind mehr oder weniger gleichzeitig auf die Idee gekommen Chrome anzuschauen und da gibt es Syscaller und Lokihard Syscaller ist ein automatischer Linux-Körnelfasser das ist ziemlich cool die generieren im Prinzip automatisch Zero Days im Zehner-Schritt pro Monat und ihr Konzept ist dass sie im Prinzip automatisch den Test-Case generieren dann in Bug-Reports abmitten und im Prinzip können sie sich so vorstellen wie ein Zero-Day-Generator aber ja ist tatsächlich so also die haben mehr als 3000 Bugs gefunden es gibt sogar eine Web-App dafür und ja also ich habe den den Linux-Talk von dem Autoren von Syscaller angeschaut und ja das ist definitiv etwas unterschätzt schaut euch das an und dann gibt es auch noch Lokihard das ist ein ziemlich bekannter und sehr ja also das ist ein sehr, sehr bekannter und sehr, sehr ausgefeilter Fuzzer und er findet damit 40 über 40 Fehler in Chakra das ist die Edge-JavaScript-Engine und V8 das ist die Chrome-JavaScript-Engine und dann gibt es noch mich und ich habe halt auch wieder Fuzzing verwendet und über 30 Bugs in Chrome gefunden fünf von denen waren tatsächlich sicherheitskritisch und dann gab es noch welche die zumindest Code-Execution gefunden haben und ja das ist tatsächlich halt einfach eine wichtige Technik wir finden viele wichtige Fehler mit dieser Technik die wir vorher nicht gefunden haben und ja als ja also das wird im Chrome-Security-Team verwendet um SQLite zu finden und ja hier noch ein bisschen mehr Beweismaterial von ja hier sieht man die verschiedenen Bugs die ich mit dieser Strategie gefunden habe und ja um vielleicht drei von denen mal genauer anzuschauen der erste war ein Out-of-Bounds-Read also wo wir außerhalb der Grenzen von einem Array gelesen haben und dieser ähm dieser Bug hat es ermöglicht dass man aus einem Blob einen Teil gelesen hat dann war die war es möglich dass ein Integer-Overflow auftritt und dann im Prinzip zufällig Speicher aus dem Browser-Prozess geleakt werden konnte dann gab es AppCache URF das war in dem Exploit den ich gleich noch vorstelle verwendet und dann bei den kritischen Bugs die rot sind das waren die ersten beiden die waren in Quick und der erste ist ein Stack Buffer-Overflow mit einem schlechten Paket das aus dem Internet kommt und das heißt das kann eine Seite im Internet einfach ausnutzen und damit aus der Sandbox ausbrechen und dann gab es noch also da konnte sogar um die Stack-Cookies zum Rum gearbeitet werden und dann war noch der andere der Block-Cash-File-Problems der es auch im privilegierten Prozess war und das ist tatsächlich da draußen schon seit drei Jahren gecrasht und ja also ich ich weiß nicht ob die vielleicht einfach nicht die Ressourcen hatten um das Problem zu behandeln aber als ich ihnen dann eben den Test-Case geschrieben habe dann konnten sie tatsächlich auch damit drei ziemlich alte Bugs zu diesem Thema schließen und diese Technik ja also die Grundmessage hier ist diese Technik funktioniert wirklich in sehr wichtigen Bereichen sehr sehr häufig schauen wir uns den langweiligen Teil an nun ja was ist Protobuf Protobuf ist ein Datenserialisierungsformat es ist nicht besonders wichtig dass es Protobuf ist es ist einfach nur irgendeine Sprache wenn ihr irgendeine Sprache für euch programmieren wollt dann wenn ihr irgendwas höheres fassen wollt dann fasst einfach Bites wenn ihr hören auf höherer Abstraktionsebene fassen möchte dann könnt ihr QuickCheck zum Beispiel benutzen das habe ich in OCaml benutzt man baut sich einfach eine Baumstruktur mit grundlegenden Typen wie Bool oder Intention und dann gibt man es dem Faser und was diese Bibliothek dann machen würde ist dass sie diese Bäume generieren wird und dann generiert das einfach irgendwelche zufälligen Bäume Syntaxbäume von der gegebenen Sprache man kann das sehr gut generieren dann sehr strukturiertes Input generieren und dadurch viele Bugs finden ich möchte nur betonen dass das benutzt werden kann um irgendwas zu fassen fast die gleiche Idee wird benutzt um in anderen Dingen Bugs zu finden wie Kernel Sandbox Internet Interprocess Kommunikation Netzwerk Zugriff und so weiter was die alle gemeinsam haben ist eigentlich bloß wir fassen alle auf die gleiche Art und Weise als ein Auditor würde man einfach sich ein Subsystem anschauen zum Beispiel ein Caching Mechanismus mit einer einfachen API und wenn ich jetzt ein Fuzzer dafür schreiben kann dann ist das ja einfach sobald man die API ein bisschen versteht dann kann man einfach diese kleinen Spezifikation schreiben und man muss nicht den kriegt so einen Fuzzer die Idee ist ich zeige euch jetzt wie das mit Chrome funktioniert nur damit ich wirklich alles hier sage insbesondere über die Hintergrundinformationen hoffentlich kann ich euch ein bisschen was über Chrome IPC sagen die grundlegende Idee ist für das Chrome Sandboxing wenn ich sage dass ich Bugs in der Sandbox finde dann sind das Bugs im Browser Prozess die wir von der Sandbox aus erreichen können die Sandbox selber schränkt uns einfach bloß ein in dem Render Prozess wir können nicht zu viel machen nicht allzu viel und wir wollen gerne von dort zurück in den Browser Prozess springen der es viel mehr tun kann das ist ein relativ einfaches Modell ich meine ein relativ übliches Modell die zum Beispiel dass man auch zum Beispiel auf dem DS oder so wiederfindet oder im Linux Kernel es gibt halt Syscalls die man ausführen kann und die man nicht ausführen kann es gibt normalerweise eine API von dem weniger privilegierten Kontext die man benutzen kann und dann bricht man da aus und hat den höher privilegierten Kontext es gibt in Linux gibt es mehrere hundert Syscalls aber vielleicht können wir uns bloß zehn zusammenhänge Syscalls oder so anschauen das wäre dann so ein Subsystem das ist dann wie man darüber nachdenkt zum Beispiel wenn ihr einfach loslegen wollt mit Chrome dann ist das was ihr tun wollt am besten solche Entry Points solche Eingangspunkte im Browser anzuschauen man braucht nicht genau unterstehen wie IPC man braucht nicht genau verstehen wie IPC funktioniert aber man sieht halt was man erlaubt ist vom Browser aus von dem Renderer aus aufzurufen das Gute ist der Code ist einigermaßen so organisiert dass man das sehen kann die meisten Bugs die ich gefunden habe waren in dem Content Browser Subsystem aber man kann eigentlich überall schauen und all die Resultate die ich bekommen habe waren eigentlich alle im gleichen Ordner es gibt so viele andere Orte geben wo es Bugs geben kann die ich mir nicht mal angeschaut habe so einfach mal um zu schauen was ich gemacht habe ist also in dem Inhalts Content Stuff Wir schauen uns einfach an was für APIs also wo die APIs aufgezählt sind die man vom Renderer aus aufrufen kann das C++ hier ihr müsst euch daran gewöhnen es gibt hier zwei Wege die die APIs aufgesetzt werden können das ist einmal Create Message Filters und ein anderes es hat mich ein bisschen gebraucht bis ich das verstanden habe dass ich gerade diese Funktion mir anschauen muss wir springen hier mal was bezüglich IPC aber das ist relativ einfach wenn ihr euch es anschaut dann schauen ich möchte noch ein bisschen über Mojo reden Mojo ist ein neues IPC Ding eine Plattform für IPC was welches die Chrome Leute gebaut haben sie wollen diesen Prozess vereinfachen mit dem sie Dinge dem Renderer gegenüber offenbaren die Idee ist dass man dieses Mojo Zeug schreibt und dann wird das Bildsystem für euch den C++ Code generieren das ist dann all die technischen Details werden dann von dem Generator gebaut das heißt als Sicherheitsforscher ist mir das eigentlich alles egal ich will eigentlich bloß wissen wo kann ich denn all das sehen was exposed wird und dann schaue ich da durch ihr könnt auch einfach durch grappen der App Cache war etwas was ich dieses her gefunden habe hier ist die API die der Renderer auf die Renderer Zugriff hat und das sind all die Nachrichten die er senden kann mit allen Typen das ist relativ klar im Browser im Browser Prozess welcher der Prozess ist den wir angreifen wollen da sieht man hier eine Unterklasse wo all die virtuellen Methoden überschrieben sind ich werde jetzt mal nicht zu detailliert werden weil es ein bisschen langweilig ist aber wie kommt der Renderer zum C++ Code des Browsers naja es geht durch diesen Anfrage Mechanismus wo der Renderer fragt den Browser Prozess fragt ich möchte gerne das und das tun und es wird dann das Dispatch Host Implementation Objekt erstellen dort wird dann der Request reingetan und das wird dann alles irgendwie zusammengeklebt und dann ihr wisst schon gibt es irgendwie dieses Zeug was ein bisschen eklig ist aber man gibt den Leuten die Möglichkeit sowas tatsächlich zu tun hier seht ihr so eine Funktion die so eine Anfrage behandelt es ist relativ klar benannt Request Handler sie fügen die ganze Zeit neues Zeug hinzu ich habe eine Weile nicht reingeschaut und dann gab es schon wieder fünf neue APIs also kurz noch noch ein kleiner Hinweis dazu ihr möchtet halt im Prozess phasen mit dieser Lip Faser und Protopuff Mutator Strategie nicht über LPC das ist alles ein bisschen wackelig und komisch also fasst einfach in dem Prozess selber hier ist ein C++ Objekt instanziert das ruft die Funktionen auf und dann ja dann ist es halt alles ziemlich leicht gewichtig und einfach damit rum zu spielen und ja also generell gilt wenn man einen einfachen Reproducer hat macht das die Iterationszyklen einfacher und äh Iterationszyklen kürzer und ja das kann ich euch nur raten ihr müsst halt einfach wissen der Faser den ich Open Sourced habe ist so wie man das machen sollte aber der Weg wie ich es tatsächlich gemacht habe ist immer wieder irgendwelche Sachen auskommentiert irgendwelche Private Sachen hab das Objekt dann erstellt Sachen aufgerufen und so weiter das ist alles ein bisschen Anfängermäßig aber ja so war das um das jetzt nochmal alles zusammenzufassen was ich bis jetzt gemacht habe dieser dieser exploit den ich gefunden habe nämlich Appcache URF hat im Prinzip dieses Prinzip von starker ja starker Praxis viel Übung und so weiter angewendet was ja was habe ich so gefunden ich habe drei Fehler gefunden die Memory Corruption verursacht haben also irgendwelche Speichermanipulationen nicht hätten passieren sollten und ja ich hatte diese Fehler tatsächlich schon eine ganze Zeit vorher gefunden und das Fuzzing tatsächlich einfach gut funktioniert und man eigentlich Auditierung gar nicht so sehr braucht aber dann habe ich es mir doch nochmal angeschaut und was so interessant daran ist ist dass es eigentlich ziemlich interessant ist dass man einfach eine API definiert und dann IPC Nachrichten da reintut und deswegen habe ich nicht wirklich verstanden wieso man das nicht machen sollte aber dann gibt es eben noch so Geschichten wie weit entfernt das Server sowie AppCache wo man dann eben irgendeine Anfrage an den Server stellt und dann antwortet das Server irgendwann dann macht AppCache irgendwas und da wurde es auf einmal wichtig wie das Timing bei der ganzen Sache war also manche Sachen bleiben zum Beispiel noch am Leben dann wird eine Verbindung geschlossen und dann hat man einen Pointer der noch im Leben ist und so also es ist einfach das Timing ist da wichtig und das Letzte ist noch so ein logisches Problem wenn der Server zum Beispiel HTTP Codes zurückgibt in den Headern von der HTTP Antwort dann kann man tatsächlich logische Fehler triggern die dann zu Speicherkorruption führen und ja da habe ich mich eben gefragt was müssen wir dann eigentlich testen um diese ganzen Sachen auch abzudecken und da kam es zu IPC Netzwerk und Timing und das Ganze hat inhärenten Zustand und das bedeutet dass wir für jede Fuzzing Sitzung diesen gesamten Zustand komplett zurücksetzen also in C++ ist jetzt nicht so super schwer man kann einfach das Objekt löschen und dann wieder Neues erstellen ist alles gut und man muss einfach aufpassen dass nichts rumfliegt und das Konzept heißt dann eben dass man zufälligen IPC Eingaben generiert und zufällige Netzwerkeigenschaften simuliert und Teil von dem Ansatz war auch dass ich dann vielleicht einfach diese alten Bugs nutzen kann und das findet man auch relativ häufig ich hätte jetzt einen Fuzzer schreiben können der diese alten Fehler triggern kann und vielleicht finde ich damit auch einfach neue Fehler Was dann natürlich etwas schwierig dran ist dass wenn man jetzt einfach nur zufällige Daten aus dem Netzwerk zurückgibt dann macht man da nicht wirklich schnell einen Fortschritt und das ist wo das Auditing wichtig wird also das Verständnis vom Code muss ich überlegen was ist ausdrucksstark genug also wie erzähle ich dem Fuzzer wie gebe ich dem genug Informationen dass er tatsächlich ziemlich viel gut und schnell treffen nicht so generisch mache dass eben nichts mehr findet und das kann man dann hier in diesem Protobuf Beispiel sehen hier sehen wir diesen Wurzelknoten in diesem Syntaxbaum und da sieht man dann eben diesen Session Knoten und der enthält eine Sequenz von Kommandos und ein Kommando kann dann eben die ganzen verschiedenen IPC Codes sein die man so machen kann der elfte ist ein ja bereits bestehenden Request behandeln und das behandelt sowohl den Asynchronen Fall als auch den Synchronen Fall wo die Antwort direkt kommt und dann gibt es noch dieses Run into Idle Ding das im Prinzip hilft euch das dass dass man zufällig in irgendwelche eigenen Zustände kommt während man diese Nachrichten behandelt und was das hilft ist dass man hiermit tatsächlich diese Race Conditions triggern kann denn man kann relativ viel IPC auf einmal machen obwohl man noch gar keine Arbeit verrichtet dann effektiv halt mit diesen Idle IPCs und damit kann man das Timing beeinflussen ich habe da jetzt nicht irgendwie vorher drüber nachgedacht sondern ich habe mir die Unit Tests angeschaut und irgendwie überlegt wie testen die Entwickler denn das jetzt schon das ganze Timing und das haben sie halt da eben gemacht diese Nachrichten sind ziemlich einfach zu schreiben ihr müsst im Prinzip einfach für jede IPC Nachricht die man dem Teil möglicherweise schreiben könnte die ganzen Argumente spezifizieren schauen dass das korrekt ist und dann gibt es ein bisschen Cleverness an der Stelle also zum Beispiel die Host ID ist 0 1 2 und wenn man jetzt hier Host die ganze Zeit erstellt über die ganzen 4 Billionen IDs dann wäre das nicht so interessant das heißt wir schränken das quasi künstlich ein auf 0 1 und 2 und für die URL ist das auch zum Beispiel eine Nachricht die ich auch künstlich eingeschränkt habe sodass der Faser nicht den ganzen URL Parsing Code testet weil das jetzt wahrscheinlich eher langweilig gewesen wäre und wie habe ich mich dann um das Netzwerk gekümmert ich habe im Prinzip einfach durch den Quellcode durchgelesen und dann HTTP Response Codes durchgeschaut die den Kontrollfluss beeinflussen und im Prinzip ist das so dass für jeden Request der vom AppCache Subsystem reinkommt habe ich im Prinzip einfach kodiert welche möglichen Antworten es geben könnte und die Sache mit diesen HTTP Codes ist dass man da unterscheiden muss ob AppCache benutzt werden sollte oder nicht außerdem kann AppCache vom Server anfragen ob es ein Manifest gibt und in dem steht dann drin was es alles cachen soll und im Prinzip ist das einfach alles in einer Nachricht kodiert und ja wie geht man dann von hier aus vor also von dieser High-Level Beschreibung zu konkretem Fuzzing man ich habe mir einfach die die Unit-Test Codes angeschaut und gesehen wie sie diesen AppCache Service aufgesetzt haben und sie lassen einem eben diese URL Loader Factory Objekt reingeben und das ist im Prinzip ein ein naja ist ein bisschen schwer zu beschreiben also es ist halt so ein Helfer für Unit-Tests und das ist die Möglichkeit um Netzwerkanfragen für die Unit-Tests abzufangen und dann gibt es eben genau dieses Schema hier mit dem man ein die Interaktion zwischen Renderer und Browser nachstellen kann also ja man zieht einfach die Host-ID aus der Protobuf-Nachricht und ja die finden wir da oben ganz weit oben und dann gehen wir da einfach durch und rufen die APIs auf die es bereits schon gab wie kriegt man jetzt das Netzwerkzeug zum Laufen wir haben diesen also wir haben diese diese Mock-URL-Loader-Factory das ist jetzt alles ein bisschen sehr spezifisch aber stellt euch einfach vor es ist ein Mock-Objekt und ja das hier ist dann eben genau die Stelle wo ich eine von diesen Anfragen die ich über dieses gestellte Setup-Stelle beantworte das ist eine Unit-Test-Funktion die sie in ihrem Code haben und im Prinzip gebe ich einfach die Informationen hin die ja dann schauen wir uns diese Halper-Funktion an das gibt es einfach weiter und das gibt dann einfach Antworten an alles was wartet die Idee hier ist das ist synchron das heißt wenn man Host registriert ein Cache registriert dann wird der App-Cache einen Request zum Server machen dann holt er sich das Manifest vom Server und dann gibt es halt Dinge die noch auf Antworten warten vom Server es war tatsächlich wichtig das wichtig dass man den Status ändert bevor die Antworten kommen das heißt dadurch dass ich die Network Factory überlade mit den Nachrichten direkt dann ändert das tatsächlich was die Idee hier ist dass man das ausführt und das sind 150 Zeilen von Code oder so und dann kriegt man den Bug im Address Sanitizer dann passiert ein Use After Free was hier passiert ist den Destructor sieht und es stellt sich heraus dass wenn man Unregistered Host aufruft das ist so eine IPC Nachricht dann macht das aus Versehen das ist ein inakkurater Stacktrace aber da gibt es eine Ref Count die von 1 auf 0 geht und dann wird es destructed also zerstört und dann passiert im Destructor etwas nämlich dass es auf den Antworten Server wartet weil es auf die Antwort des Servers wartet tut es irgendetwas und dadurch wird die Ref Count wieder auf 1 hochgesetzt und dann hat man überall Referenzen auf etwas was so halb zerstört ist das heißt wir haben irgendwelche Pointer zu zerstörten Objekten wir können später wieder auf dieses zerstörte Objekt zugreifen und das ist quasi ein Rezept für so eine Art Bug ich möchte nochmal bemerken dass dieser Fuzzer Open Source ist das heißt wenn ihr nach Code sucht online dann könnt ihr einfach AppCache Fuzzer googeln und findet es nur noch ganz schnell um zu erklären wie der Exploit funktioniert hat ich habe das gemacht in einer Kette mit zwei anderen Leuten gemacht und damit haben wir also wir haben einen RCA Bug einen Remote Code Execution Bug dann können wir Code im Renderer ausführen und dann ist es ein bisschen hart mit Mojo beliebige Nachrichten zu senden deswegen haben wir dafür einen anderen Weg gefunden und dann haben wir am Ende ein DeckRef also ein Verringer der Reference Count und nachdem das mehrere Male gefreed worden ist dann gibt es zwei Stufen das zu exploiten wir haben Bug im Renderer aber da brauchen wir noch eine Read aus dem Speicher aber glücklicherweise können wir das mehrfach ausführen diesen Bug wenn man wieder auf Null kommt dann triggert man wieder den Destructor wichtig ist dass man hierfür nicht den Destructor triggert weil das wird es einfach crashen die Idee ist die Idee ist dass wir irgendwie einen String haben der irgendwo im Speicher liegt und damit können wir dann Heap Daten legen es hat auf einer Plattform ein String als erstes Mitglied das ist irgendeine Art Cookie Objekt und das können wir aus dem Browser lesen und von dort aus konnten wir ein V-Table anschauen und wir können ein gefälschtes Objekt bauen was so aussieht wie das Richtige aber es aber dann dann haben wir auf diese Art und Weise dafür gesorgt dass der AppCache unseren Code callt und dann machen wir ein paar von diesen Dingen zusammen und dann kriegen wir irgendwie Code Execution nur so als Zusammenfassung wir also was ihr machen wollt ist immer wieder üben 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 und schauen dass ihr das absichtlich macht und bewusst und dass ihr diesen neuen Lipfaser benutzen könnt ich verspreche euch dass es nicht das letzte Mal sein wird dass es euch jemand empfiehlt ich habe auch noch was damit gemacht und ja es funktioniert ihr werdet bald darüber was sehen und auch ganz wichtig gebt nie auf das ist besonders wichtig damit können wir jetzt zu den Fragen übergehen falls ihr eine Frage habt dann geht zu den Mikrofonen im Raum wenn ihr den Raum verlassen wollt dann geht macht das bitte so leise wie möglich falls ihr im Stream zuhört dann könnt ihr eure Frage online stellen es sieht so aus als ah doch da gibt es eine Frage ich wollte fragen warum hast du Chrome ausgesucht für die Bugsuche war es bloß irgendein zufälliger Browser oder warum ja also im Prinzip also Chrome ist irgendwie so die harteste Nuss die man knacken kann also das war einfach was an dem man dann auch persönlich wachsen kann wenn man da was tatsächlich knacken kann und die Art und Weise wie Chrome geschrieben ist ist ziemlich hilfreich zur Forschung und außerdem kannte ich also Chrome ist ein ziemlich hoch qualitativer C++ Code und ja ich habe dann am Anfang erstmal so ein paar komische Library Bugs gefunden die tatsächlich nicht erreichbar waren aber ja also die Chrome ist halt einfach eine sehr gute Code Basis an der man auch persönlich wachsen kann weil es einfach sehr viel qualitativ hochwertigen Code enthält und diese zwei Jahre die ich in das Projekt investiert habe haben mir einfach geholfen deutlich besser zu werden eine Frage aus dem Internet ist es möglich Chrome IPC über Hardware Verwundbarkeiten wie Spectre anzugreifen ja also ich weiß es nicht vielleicht ist möglich ich habe mich jetzt nur auf Anwendungs Level Bugs bezogen also Sachen die ich deterministisch triggern konnte also nur Bugs im Chrome Code ja also nur im Chrome Code und diese ganzen Bugs also Meltdown und Spectre und so kamen deutlich später raus also nachdem ich meine Forschung gemacht habe ok damit verabschieden sich auch aus der Übersetzekabine und Problem ihr könnt auf an F f f f an f a a f a Untertitelung des ZDF, 2020